Hey so konnitschwa hier ist wieder euer Kerano mit Tyro Rorias mit dabei Das ist Meshie Und wir machen jetzt die Ranelschlungen, diesmal richtig Die wir im letzten Part schon anfangen wollten aber egal Ja, Moment Machen wir mal schick Mhm Die ist ja so schick Genau, ähm Ich Wähle Mit ner Spiegelmodus Dämmerspiegel Wow Das ist heftig ey Kommt hier mit das Ding Machen wir mal Kann man sich mal gönnen Kann man sich mal gönnen Kann man sich mal gönnen Kann man sich mal empfangen Kann man sich durchgeführt Angelegen Kann man sich die Der einzige Weg, um Hyrule zu retten, war es um Sieg zu retten. Die Hyrulean-Armee geht nach der Valle des Seers um eine gewisse Krieg. Aber Sieg hat sie nicht in Ordnung, obwohl sie überwältigte Vorteile. Sie finden neue Möglichkeiten, um ihre Träume zu fortieren, mit ihrer eigenen Lebensverschmutzung. Die Kosten für sie selbst war nicht relevant, so lange sie verletzte ihre Enemies. Die letzte Behandlung zwischen den Armeen der Licht und der Schmerzen war es umsonst. Wieder! Oh, wer kommt denn da? Ein Exile Force oder sowas ähnliches, zumindest. Ja, nicht abhauen! Wow! Wieso haut der ab, der blöde! Der haut ab! Der Exile Force ja bei mir, da kein Bock! Dinodoros, so heißen die Viecher. Okay, dann nennen wir sie jetzt einfach mal so. Ich nenne sie einfach Nino. Fertig! Was?! Der hat mich kaputt gehauen mit einem Schlag! Der hat mich mit einem Schlag umgehauen, ey! Cool! Wow! Solltest du dich vor den Viechern am besten fernhalten? Jo! Es erschiet von der Breakdancer! Okay, jetzt haben wir auch mal sowas gesehen! Kommtiere für dieses Projekt! Egal, so verschwendet man auch seine Ulti! Einfach zünden, wo nix ist! Ich verwechsel immer die Knöpfe! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! So, diesmal habe ich ihn besser unter Kontrolle, den Gegner! Okay! Christliches Heiligtum der Göttin wurde entdeckt! Mhm! Von meiner Position komme ich da easy hin! Da gehe ich mal gucken! Mhm! Ah, du bist selbst in einem! Okay! Sack, zack! Festungsmächter oder Festungskommandant besser gesagt! So! Eins haben wir im Assische! Ja, ich mache hier gerade noch das Vitaillichtum unten! Ich kämpfe mich mal weiter nach oben durch! Ja, mach das! So! Das hier unten im Süden haben wir nun! Sehr schön! Gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg zu dem anderen Heiß! Heiligtum! Hm! Vor-Posten! Und Impa und Ruto kämpfen hier mit! Ah, sehr gut! Mein Vor-Posten! Zack! Das findet aber jemand lustig! Na, guck mal her! Kommt mal alle her! Ich habe hier was Schönes für euch! Das war ein Special Move! Oh! Mission erfüllt! Mission erfüllt! Oh Gott! Menno, ich war noch nicht so weit! Na! Vor die roten Augen! Erlaube mir dir eine Lektion zu erteilen! Nö! Zum Super Saiyajin! Das ist Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! Ich lache dazu! So, jetzt gehört die Festung uns! So! Der Göttin ist offen. Da kommst du glaube ich schneller rein. Ich bin ganz weit oben. Ja gut, dann mach ich mich mal auf den Weg dahin. Ja gut, ich muss da jetzt nur noch ein paar Wege. Ein paar Meter gehen. Ding, dung, 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 dung. Ich bin bei der Quelle, darf aber nichts machen. Okay. Dann müssen wir aber noch irgendwas machen. Ach fuck, jetzt hab ich meine Ulti wieder eingesetzt. Ja, ich bin doch schon bei der Quelle. Boah, dieses Spiel ey. Warum ist dieses Spiel so lahmarschig? Ich darf hier nichts machen. Anscheinend muss noch irgendwas anderes getätigt werden. Hm. Stirb doch mal! Danke. Wir fahren ziemlich viele Angeber an dir vorbei, oder? Ja. Stopp. Warum flüchtest du jetzt, du Arschloch? Jetzt kommst du wieder oben. Uff. Stirb du komischer Roben, Heini. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da komm ich noch nicht lang. Dann komm ich noch nicht lang. Dann sind wir wieder zurück. Lockerfeinde zur Quelle der Göttin. Oh. Sag ich, ich wollte gerade fragen, was war das denn? Warum? Dieses komische Kanone. Das war meine Attacke. Ich hab's noch gemerkt, sie ist jetzt gegen Ende. Meine Genki-Dama war das. Ich fand's trotzdem merkwürdig. Was ich noch aus meiner Special rausgehauen. Soll ich aktivieren? Ja, kommt schon. Ja, ja, ja. Ist okay. Ist mein Gnädigster. Oh, Lana, die ist schon fast K.O. Wow. Wow. Könnte sie noch heilen. Das kriegst du hin, ne? Ja, die ist fett. Die ist fett. Hier, wo ich bin. Na? Ja. Volga gegen Ruto vor. Uh oh. Wo ist denn der Volga? Nein. Ich bin mir den Felsler. Mal gucken, was da drunter ist. Wie so ein komischen Dino Doros. Der ist irgendwie merkwürdig. Und final. Fokus reibe ich mir jetzt auch mal. Mhm. Und dann werde ich hier versuchen, mir die Festung da zu krallen. Nutze den Magiekreis, was für ein Kriegkreis. Kriegkreis? Makri. Was? Mission fehlgeschlagen? Wir konnten die Truppe nicht anlocken. Ach, das ist nicht schlimm. Ja, sonst wäre da jetzt Niederlage gestanden. Zweifel nur, damit wir es ein bisschen einfacher haben. Sonic Racing. Wow, da ist Volga und heilige Makaroni. So viel Action. Power! Ich habe hier drei OP-Gegner, darunter Volga. Okay, ich versuche mal zu dir zu kommen, so schnell ich kann. So schnell wie mittler halt schwebt. Ja. Huiii. Okay, einer ist down. Vielleicht hätten wir Volga hierher locken sollen, damit das mit dem Magiekreis hätte funktionieren sollen. Wow. Und, Ulti. Was kommt jetzt? Warum schlägst du ihn aus meiner Ulti raus? Warum? Ups. Hast du nicht gesehen, dass er komplett weiß geblinkt ist? Alter, wegen der habe ich die jetzt... Ja, das ist jetzt Instant Karma. Wow. Deshalb höre ich ja auch immer auf anzugreifen, wenn der in deiner Ulti drin ist. Und lässt den Checkpoint starten. Muss ich die Festung da oben wiederholen? Oder nicht? Sehr gut. Ah, ist jetzt nicht schlimm, wir starten jetzt hier einfach mal neu und dann hat sich dieser heilige Scheiße, was ist mit dem los? Du bist so gut wie tot, das höre ich. Ist irgendwo ein Herzfuss? Wo komm ich denn jetzt genau nicht? Achter, okay, gut. Brrrr. So. Die Magiekreis können wir jetzt nicht nochmal irgendwie aktivieren, oder? Nein. Ich guck mal. Ne. Okay. Alter. Ich hab mir noch ein Viertel Herz, ey. Nein. Alter. Nein. Alter. Okay. 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 Dann tu das. Oh. Bam. Oh, da liegen ganz viele Herzen. Warte. So. So. Willkommen. Mit Volga müsste ich mich ehrlich sagen noch nicht anlegen. So. So. Aufgepowert. Und. Zack. So. Ich hab ihn in der Ulti. Und. Hä? Die ist aus irgendeinem Runternehmen. Wow. Nochmal einer Ulti. Uah. Pfff. Hat sie noch getroffen? Ich hatte nur noch ein Viertel Herz. Ich hätte ihn fast wieder rausgehauen, weil du das so spät gesagt hast. Egal. Ja, aber du... Ich hab doch gesagt, man sieht es doch. Ne, ich hab... Ich war mitten im Angriff und auf einmal sagst du ja, in meiner Ulti. Da konnte ich nicht so schnell wieder abbrechen den Angriff. Boah, ich hatte wirklich nur noch ein Viertel Herz. Wow. Da kommt auch schon ein Zauberer. Dann geh ich mal nach unten. Da sind auch so ein paar Typen, die ein bisschen Stress haben wollen. Ziggy ist hier und bereitet den Treiben ein Ende. Oh. Jetzt ich glaube ich muss mal so blöd treffen. Also sollen wir dann zu Sia gehen und sie Klapp machen? Ja, ich bin jetzt schon da oben. Ich... Komme noch. Hi. Hi. Boots are made for walking. And that's what they had to... Ja, natürlich. Ja, immer schön auf die erotischsten Stellen zeigen. Ja, so lieben wir die Japaner. Ein gewisser LP er hätte jetzt... Da hätte ich jetzt was ganz anderes gemacht. Die Schwarze Zauberin Sia. Sia later. Oh Gott. Ah. Schiek. Brenn schneller. Schiek. Brenn schneller. Alter, warum muss das hier alles so verwinkelt sein? Und... Bam. So, ich hab sie wieder in meiner Ulti drin. Ich muss noch ein paar Herzen sammeln. So, wunderbar. Gut, jetzt bin ich wieder voll. Wow. Und... Bam. Wow. Boah. 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 Ich komm hier grad nicht weg, ey. hier von denen sind vier zu viel von denen sind vier zu viel. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Ja, ist in Ordnung, ich hab's kapiert. Ja, greif mir deinen Links an, damit ich dich angreifen kann. Nein, nein, was zum... Lass mich weg... Hallo! Darf ich gleich mal... Danke! Meine Fresse, ey! Okay, Stufe erhöht, Cias down. Also zumindest eine. Boah, ich wurde grad vor zwei Cias und singelt, ey. Jetzt reicht's mir aber hier. Sehr gut. It's the music time here, whoo! Boah, hey, ich hab eine Stufe erhöht und dadurch Energie wieder bekommen. Sehr gut. Ich mach meine Ulti. Okay, 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 äh, 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 äh. Schick, reiß dich zusammen. Bäm! Die Angriffe von Schick, die dauern so lange. Okay, die macht wieder irgendeinen scheiß. Ho, 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 ho! Ich mach diese ja, du die andere. Okay. Oh, meine ist schon kaputt. Gut, dann kannst du ja hier mitmachen. Du bist herzlich dazu eingeladen. Yeah! Die macht irgendeinen Scheiß, lieber weggehen. Die Ollen links. Wunderbar, ey. Das war knapp. Das war wirklich sehr knapp, ey. Da fällt erstmal der Hut runter. Sieh ja. Wir sind uns gleich. Wir bitte sehen uns nach jemandem, mit dem wir nicht zusammen sagen können. Kannst du deine Gefühle für immer verschlossen halten? Was zum Teufel. Ganz gleich in welcher Zeit. Das Band zwischen ihnen ist stärker, als wir uns vorstellen können. Es zu brechen ist unmöglich. Du bist einfach zu brav. Und links da hinten denkt sich einfach nur, Ja, Feuer. Pfff. Ihre eine Hälfte ist gestorben, darauf kann sie nur lachen. Hm. Der Rest liegt in eurer aller Hände. Yo. Ich meine, Sir. Ja. Und tschüss. Bringen wir das nicht zurück nach Hyrule. Yeah. Ich dachte schon, die wollten Bro-Fisten. Ja, Bro-Fist. Bei Frauen heißt das dann Siss-Fist oder was? Siss-Fist. Klub. Klub. Und zwoing. Damit sollten die Dinge wieder so sein, wie sie einst waren. Und damit ist es für mich Zeit zu gehen. Die. Ähm. Lanan. Pff. Wir werden uns wiedersehen. Nö. Kein Bock. Warum sollte ich das Bitsches? Eine Friedenstaube Das ganze Königreich ist leer Das finde ich fair Sehr Jeder Typ ohne Helm Aber mit Mütze Es könnte alles so schön friedlich sein Tja Wenn Link nicht vergessen hätte das Master-Schwert zurückzustecken Noch eine Kugel um die man Ifrit frufen kann Frufen Das klang jetzt sehr realistisch Ich bin kein Roboter Sie werden assimiliert werden Du Assi Drücken Das war mal Ein Level was wir ein paar Mal verkackt haben Einmal wegen Dummheit Und dann wegen Derb-Modus Derb Wenn uns beim nächsten Level dann Gerudo wüsste wieder und so Das war euer Keanu mit Tyro Royals mit dabei Der Insmash Bis zum nächsten Mal Tschau Tschau